Fantastisch! Stauber gestellt und ab geht's. Was kann ich denn erstmal bauen? Ich baue jetzt was, Mami. So, ich habe 248 Juwelen noch übrig. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so viel. Ich weiß gar nicht, wie wir letztes Mal... Ich weiß auch nicht mehr, wie wir letztes Mal angefangen haben. Was mache ich denn? Ich bin jetzt bei Nummer 3. Alter, dein Laptop ist ganz schön heiß, ey. Ja, ich weiß. So, ich weiß gar nicht, wie haben wir denn das letzte Mal vorgegangen? 4.000, was geht denn jetzt? Doch, wir müssen das. Ich weiß nicht, also ich versuche es jetzt einfach mal erstmal mit den Barbaren. Und hoffentlich klappt das. Oh, 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 oh. Das könnte eng werden schon. Alter, es wird schon eng. Nein! Wie machen wir das? Wir zählen die Sterne, ne? Oder die Anzahl an. Ja, wir müssen jetzt gucken. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich das jetzt hier... Ressourcen, ähm, ne. Wo ist denn? Wie, also zählen wir die, zählen wir die Anzahl an Sternen oder die Anzahl an Dörfern? Lassen Sie die Sterne zählen, oder? Ja, mir egal, mir egal. Ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt hier fertig werde. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich weiß gerade nicht, wie es... Ja, ähm... Ganz panisch klickt er da bei sich rum. Ja, weil... Boah, hast du ne laute Maus? Ist das die Schwester von... Ey, keine Juwelen kaufen! Das ist die Schwester von deinem Keyboard. Wollte schon sagen, du kaufst jetzt hier aber keine Juwelenpakete, Freundchen. Ja, was er alles baut schon, mein lieber Herr Gesangsverein hier. Ich weiß nicht, wie du schon wieder irgendwas anderes geplant hast. Alle... ich hab... ich bin absolut planlos. Ich wollte ganz gerne nämlich eigentlich jetzt, äh... Ich gucke... Ich gucke immer immer ab und zu mal rüber. Dann kann ich das jetzt nicht fertig. Du hast nicht genug Platz in den Armee-Lagern. Achso, jetzt ist das wieder... Aber wie langsam die sind. Ich hab aber auch keine Lust, meine Magier zu benutzen. 13 Minuten noch! 13 Minuten! Hab ich noch Kaffee? Aber doch ein bisschen. Ich kann gar kein zweites Armee-Lager bauen und ich kann das Rathaus nicht upgraden. Irgendwas passt doch da nicht. Cheater! Cheater! So! Was mach ich noch sonst immer? Ich werde erst mal gucken, ob ich noch bauen kann. So kann man jetzt mal anders gemacht irgendwie. Ich hab überhaupt keinen... Achso, ich muss das Rathaus upgraden, ne? Ja, aber das brauchst du 4000 Gold für. Ja, ist doch egal. Das ist doch egal. Ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich mal eben so ein bisschen... Ähm... Praktische Vorgehen... Ein Erfolg freigeschaltet, das gibt... Ich muss mich jetzt echt beeilen, ey. Ich muss mich jetzt echt beeilen, Armee! Ja, es geht nämlich nicht. Da hat sich irgendwas verändert. Ähm... Letztes Mal konnte man nämlich direkt ein zweites Armee-Lager kaufen. Äh... Mal überlegen, was ich jetzt mache. Okay, das passt schon mal nicht. Ähm... Die werde ich upgraden. Dann werde ich nochmal upgraden. Und jetzt gucken wir mal. Okay, 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 okay. Jetzt hab ich jetzt... Jetzt, Kollegen, jetzt wird ein Schuh raus. Jetzt wird ein Schuh raus. So, das läuft schon mal nicht. Hier ist es. Hier ist es. Da ist der kleine... Das ist das kleine Eichen. Zack. 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 Okay. Das Maximum erreicht. Shopp. Rumpf. Rumpf. Ey, du guckst, du schießt, du Affel. Ey, die ganze Zeit ist er am... Ey, unglaublich. Ey, unglaublich. Auf jeden Fall. Die ganze Zeit guckt er hier rüber. Unglaublich. Wobei doch, die sind gar nicht mal so schlecht am Anfang. Das reicht ja auch vorne und hinten noch nicht. Ich weiß noch nicht, glaube ich, dass es platztechnisch angehen soll. 500... Äh... Gold brauche ich ja nicht. Wofür auch. Kann das denn was bringen, das jetzt abzugreifen? Oh, ich muss mich bei Google Plus einmelden. Nein, muss ich nicht. Okay. Was kommt da hin? Ähm... Hihi. Ich hab mehr Tropfen als du. Hab ich doch nicht. So. Die Mal war noch fertig und jetzt muss ich echt mal überlegen, wie ich weiter vorgehen. Wir müssen erst mal auf die Zeit gucken. Ich muss auch nicht die Zeit im Auge behalten. Fünfter Minuten sind echt knapp. Wir haben nämlich jetzt nur noch 10 Minuten 30. Zeit. Das heißt, die Truppen, die ich jetzt gerade ausbilde, die müssen so lange halten, wie es eben geht. Okay, das ist voll. Scheint schon voll zu sein, okay? Okay, wir sind beladen und können weitermachen. Ich weiß nicht genau, wie weit er ist. Ähm... Ja, du hast ja noch deine Flumpies davon. Ja, aber die bringen doch kaum was. Ganz ehrlich, wie viel bringt denn bitte so zwei Magier? Die kann ich am Anfang mal irgendwann benutzen, dann war es das auch. Also irgendwann ist es dann auch vorbei. Ja. Deswegen versuche ich es jetzt mal auf diese Art und Weise, möglichst schnell, vor allem... Weil die Zeit drängen. Wir haben nur noch 9 Minuten 50. Und es wird auf jeden Fall jetzt diesmal eine Zeitfrage sein. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, glaube ich. Aber diesmal... Diesmal wird es echt eng werden. Deswegen muss ich jetzt zeitlich auf jeden Fall mal rein. 9 Minuten 40 noch. Dass wir da auf jeden Fall jetzt noch was geschissen kriegen hier. Los! Das dauert aber auch immer so lange, diese Angriffe. Ja, ich habe noch auf jeden Fall viel mehr Juwälen als ich. Kollege Schmalfuß. Hat ja auch am Anfang noch drei weniger. Perfekt. Ja, drei Juwälen machen den cool, dann aber auch nicht fett, ne? So, zack, jetzt habe ich wieder ein paar Juwälen gekriegt. Ich gehe jetzt auch nur mit diesem Trupp mit erstmal vor. Das bringt das andere, bringt es jetzt mal echt gar nicht. Wobei... Da kommt jetzt alles raus, hier ist mir jetzt egal. Ja, der Papi hat alles raus. Was soll der Geiz? Ja gut, das ist ja kostenlos, ne? Es kommen bestimmt mal die Beschwerden. Ja, ihr habt das noch schon mal gemacht, ihr habt keine Ideen mehr. Aber es haben so viele Leute gesagt, wir sollen das nochmal machen, weil wir beim letzten Mal ja den Fehler gemacht haben, immer das Elixier zu kaufen. Wie lange das her ist, das ist schon ultra lange her. Ja, ich weiß es, aber die Leute vielleicht nicht. Drei, zwei, eins und... Nächste Runde! Ich habe hier einen leichten Vorsprung gerade gegen mir. Nächste Runde! Na, drück! Ach, scheiße, das kann ich jetzt gar nicht entfernen. Boah, die sind aber auch schwach, die Bogenschützen, mein lieber Mann. Das spare ich mir. Los! Versuche möglichst Truppen sparend das jetzt hier hinzubekommen. Ja, kaputt. Okay, wunderbar. Ja, auf der einen Seite muss es natürlich schnell gehen, auf der anderen Seite will ich die Truppen sparen. Das ist jetzt momentan so ein kleines Problem. Was sagt denn die Zeit? Acht Minuten und drei Sekunden noch! Ja, ja, das läuft noch. Ja, Bombe eins, Bombe zwei, ja, ja, okay. Gleich wird es eh schwieriger. Ah, ich trockle hätte schon mal... Oh, die Truppen produzieren, glaube ich, so weiter schon. Das ist okay. Ah, ich habe noch eine Idee, was ich machen kann. Los! Beeilung! Beeilung! Ich muss es nicht. Komm! Schnell! Schnell, 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 schnell. Ich habe nämlich eine Idee. Ja, schon gut. Eine Idee. Papier hat noch eine Idee in der Hinterhand. Perfekt. Ja, durch die Mauer, du Ochser, jetzt sind die da außen rum. Scheiß, scheiß, scheiß. Na, kann ich mir gar nicht. Muss ich, kann ich das jetzt schon machen? Das war, glaube ich, nicht schlau. Scheiße. Das war nicht schlau, das zu machen. Das war gar nicht schlau. Jetzt habe ich nämlich gleich keine Juwelen mehr. Scheiße, ich hatte was gehofft, aber das ging nicht. Verdammt. Inwiefern? Schon gut. Schon gut. Ich hatte noch eine Idee gehabt, aber es ging leider nicht kommen. Weiter, weiter, weiter. Und hier noch ein paar von den Barbaren fertig gemacht. Okay, da haben wir schon fast, okay. Haben wir schon fast alle. Okay, weiter geht's. Kugelhage, ich komme. Äh, wie machen wir den denn jetzt mal? Ja. Ich muss auch, ich muss jetzt, ich muss jetzt schneller machen. Das ist, sonst, das dauert sonst einfach viel zu lange. Es dauert sonst einfach viel zu lange. Ich muss die Truppen jetzt alle setzen. Ich will auf jeden Fall noch zwei, drei Strecken auf jeden Fall noch packen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ich bin gespannt. Und die zwei Magier haben wir ja auch noch in der Hinterhand, die ja so viel bringen angeblich. Die ja eher cheatle. Ne, gut, die hab ich leider vergessen beim Anfang. Beim letzten Mal hab ich dran gedacht, aber das Mal hab ich vergessen. Zwei bringen auch gar nichts eigentlich. Na, egal. Okay. Du hast einen kleinen Vorhang, du hast so ungefähr 20, 30, 40 Sekunden Vorsprung. Ja, ist gut. Läuft bei uns hier, läuft. Nur die Frage ist ja, ob vielleicht nicht irgendwann wieder ein Dolchchen kommt, wo du es dann nicht packst, also... Okay. Wollen wir mal mit. So, doppelte Feuerkraft. Auf geht's. Das ist auch eine interessante Strecke. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... Ja, ich darf jetzt keine Truppen mehr sparen, das ist echt... Wir haben so wenig Zeit nur noch. So wenig Zeit, die noch übrig ist. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch... 5 Minuten. 5 Minuten und 13 Sekunden. Ich habe auch gleich noch eine Idee. Vielleicht. Vielleicht noch... Ja, weiß ich nicht. Niemand hat die Idee, der Junge. Weiß ich noch, die 7 Bogenschütze lasse ich mir jetzt übrig, die anderen müssten noch laufen. 5 Minuten noch. 5 Minuten noch! Wird spannend! Du hast mich doch eingeholt. Ich sag ja, 20, 30 Sekunden hast du. Ja, gut. Ist halt die Frage, ne? Ob es jetzt gleich... Irgendwann... Ja, weiß ich nicht. Ob sich einer gleich irgendwie noch Zeit lässt. Oder ob wir gleich wirklich mal an irgendeine Stelle kommen, wo es... Wo es noch ein bisschen schwieriger wird. Das ist die Frage. Das ist der Question. Weil momentan ist es nur echt einfach, ne? Wann kann man die Dinger eigentlich pushen? Das habe ich mir im Auge gefragt. Ging nämlich nicht. So. Jetzt wollen wir hoffen, dass es reicht. Ah, hört man schon klicken, 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 klicken. Klick, 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 klick. Ja, ich habe ja immer zwei Truppen weniger, ne? Wieso? Ich habe da immer die... Beziehungsweise noch ein viel weniger, weil ich ja die Magier nicht setze. Die... Die ja den Unterschied machen können. Drei Minuten und 51. Jetzt wird es langsam echt... Jetzt wird es langsam end. Jetzt wird es langsam end. Das ist aber auch immer noch nicht schwer, ne? Also... Ja, das Problem ist halt, die Zahl... Das wird gleich irgendwie lag sein, wie viel Zeit hat, ne? Ich habe jetzt das Problem. Dann rennen die erst an der unten, anstatt da oben ans Hauptkartier. Das ist da unten da länger. Gebt Gas, Leute, gebt Gas. Ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt gleich wird. Zeitlich... Zeitlich... Kommt, Leute, haut doch da drauf. Ja, weil... Echt eine Frage der Zeit jetzt. Ich weiß auch nicht, wann irgendwann mal etwas schwierigere... Oh, oh. Okay, 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 okay. Gut, dass ich das so gemacht habe. Ich bin von hektisch hier gerade, ey. So, jetzt muss das aber reichen hier. Oh, ne, tut's nicht. Oh, da muss ich die Magier setzen. Schade. Ich muss die Stadt erst einmal die Magier setzen. Na gut, egal. Na ja, und wenn du jetzt geguckt hast, dann... Ja, hat er geguckt. Ne, ich habe nicht geguckt. Aber ich wusste das doch noch. Oh, ja, 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 ja. Ja. Jetzt mache ich natürlich ziemlich Sekunden gut, weil die Magier ja so geil sind, ne? Ja. Könnte bei mir gleich ein Problem mit den Juwelen werden. Ich habe nicht mehr so viele. Was ja noch. 39. Oh, noch 97. Ich habe aber dafür noch einen Trumpf in der Hand. Na, was hast du da noch? Was? Ja, ich habe nichts gecheatet oder so. Äh, ne? Nix gecheatet oder so. Äh, es sind eh nur noch zwei Minuten. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt in zwei Minuten noch die ganzen Juwelen raushauen kann. Wahrscheinlich jetzt, das läuft irgendwie auf den Unentschieden hinaus, habe ich das Gefühl. Wenn ich, zumindest wenn ich den Angriff noch genau starten kann. Wenn die Zeit nicht genau dann abläuft, wenn du gestartet hast und ich nicht, ähm, wird es an den zehn Sekunden scheitern, die wir dann haben. Rat und hall. Ah, der muss aber auch immer so scheißen genau klicken. Ich weiß auch nicht genau. Das sind doch voll die einfachen Strecken noch alle. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ach, das sind zwar, okay, die Bomben, das ist aber so offensichtlich, dass da Bomben drin sind. Also ganz ehrlich. Also auch nicht. Das muss man, also eine Minute 29 noch. Komm, ey. Krieg doch da hin, Mann, Gott, ey. So ein Ding ist verschoben. Zwei schaffen wir noch. Zwei schaffen wir noch. Oh, das war schon ein bisschen versetzt hier. Ah, wir sind jetzt herx schon. Oh, oh. Probleme im Paradies. Ja, weil die jetzt alle natürlich so lange gebraucht haben, dass die jetzt alle durch bam, 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 bam. Das ist das Problem. Oh, jetzt wird sie endlich mal ein bisschen haarig hier. Das erste Mal wird es etwas haarig hier an der Stelle. ne? Es dauert so lange. Warum ist das bei dir so schnell? Das ist so, ne? Wir haben nur gleich angefangen. Äh, jetzt wird's... Wird's problematisch schon oder noch nicht? Komm, 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 Kanone ist kaputt. Zweite Kanone noch. Komm! Ratental. Ratental. Eine rohe Gewalt. Die rohe Gewalt. Oh, was macht die Zeit? Ich glaube, eine schaffe ich vielleicht noch, wenn ich mich jetzt echt noch spute. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 77 Prozent. Ach, kommt. Eine schaffe ich noch. Wenn's angefangen ist, zählt's ja noch, ne? 19. 19. 19. 17. 16. Ne, noch nicht. Ich hab eine Hütte übersehen hier. C, 12. Nö, schau ich nicht mehr. Boah, in der letzten Sekunde hab ich noch auf angreifen gerückt. Ich werd aber hier wahrscheinlich keinen Stern mehr holen, das ist das Problem. Ja. Ich hab nämlich jetzt nur die Hälfte der Truppen, weil ich nämlich nicht mehr... Ja, wo ich jetzt mache, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich irgendwie einen Stern oder so hole, ne? Ja, oder hier hoffen, dass ich hier nicht drei hole. Ja, ich hatte leider, ich musste schnell auf angreifen drücken, ich hatte keine Truppen mehr. Sonst... Ja, ich schaffe aber hier auch keine... Ne, ich bin jetzt hier fertig. Nur einen. Kann's aufhören. Ja, warte. Näs? Wie, 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 du hast nur einen Stern geholt da? Ja, ich hatte nur einen. Was war da denn los? Ja, ich war zu hektisch, ich hab die Hälfte irgendwo hingeknallt noch, weil ich das kann versuch... Würde ich sagen, äh, Strafe denkt ihr euch aus, ne? Insgesamt, ich hatte... Mach mal eben Endergebnis. Du hast jetzt bei Ruhrgewalt... Eins, zwei... Ich hab bei Ruhrgewalt drei und bei dem anderen halt nix mehr geholt, weil ich... Ja, ich hab bei Ruhrgewalt einen, weil ich halt... Ich dachte, ich hab drauf spekuliert, dass das... Ohne mehr Truppen... Dass das halt reicht und ich wollte mir die Gems lieber für die Truppen lassen. Also, Leute, Strafe, schreibt uns das Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.